So ihr verpisst euch hier Ihr arbeitet da Vielleicht kommt da nämlich was Ich find die Reichweite cool Ich guck grad gar nicht hin Was bist du für einen? Ein Druide der vorne langläuft Das ist ja eine geniale Stellung wieder Okay die Krieger haben es noch geschafft Nein das will ich nicht Das will ich das ist ganz wichtig So ich brauch sofort ein Zelt Ich brauche sofort Die hier Die ich doch noch Ich hab schon überlegt ob ich so ein Vieh mache Oh Gott der hat auf die Mammuts noch gewartet Gott der Fokus Bisschen Und her Rett einfach durch Meine Stegos Du bleibst mal hinten Oh fuck Jetzt hab ich grad nicht drauf geachtet Oh Gott wo ist der? Der ist hier Was für eine Ressourcenschlag Mein Gott diese Rhino sind aber so brutal Diese Mammuts Oh Gott Ich will die Einheiten hier gar nicht verlieren Geht mal in den Transport oder so rein Oh Baby Das war ein harter Kampf Ja der war nicht schlecht So ich brauche unbedingt mehr von denen hier So dann brauche ich Arbeiter Vier Du gehst da rein Du gehst da rein Wir sind Sammler Der bleibt mal da Bei den Göttern Bogenschützer bereit Wer stört? Ähm Genau Mehr davon Zwei Was denn wieder? Komm schon Das Problem ist Ich hab bei dem Angriff zu viel verloren Als dass ich kontern könnte Das kann gut sein Von mir fehlen so viele Upgrades Alter ich krieg Anfälle Was hast du denn viel Du hast Tiere und Infanterie Das ist so ne blöde Mischung So er wird mal Gerade geopfert Obwohl ne So ein Opfer ich nicht Hast du irgendwie ein Item verloren hier Schriftrolle Dampfmechanik Ja das kann sein Dass ich verloren Reduziert die Produktionszeit Für alle Einheiten Des Spielers Nicht schlecht erspricht Ja auf die wollte ich eigentlich gar nicht War vorhin noch ne andere gewesen Ne anderes Item dort An der Stelle Wo schwemmt denn der Hafen hin? Wer stört? Der behinderte Hafen alter Du Kollege Da rein mit dir Komm schon Eins Zwei von denen So ihr ganz wichtig Geht hier rauf Okay okay Gucken wir mal Einheiten Composition Gar nicht so schlecht Und hierfür Brauche ich noch ne Weile Aber das ist jetzt nochmal so wie es ist Akzeptieren wir das mal Warum ist das noch nicht so schlecht? Warum ist das wieder hier irgendwie Oh Nicht gedacht Boah der Hafen Der ist so langsam Das ist aber eine wichtige Nahrungsquelle für mich Das ist aber eine wichtige Nahrungsquelle für mich Ich glaube kaum was die Ankylosaurern auch so Bäh gemacht haben Bäh Das weiß man leider nicht Heute die Zeit Das kann man nicht herausfinden Ich stelle es mir schlecht vor Das Naja Der ist einfach zu groß um so einen Mickring laut zu machen Oh ich habe eine Idee Geht nicht Niemand muss arbeitslos sein Leute Ihr könnt alle was tun Soll ich dein Ernst wie langsam die sind oder? Ach so kacke Uiuiui Ich muss mir ein bisschen was anderes kümmern So So Nee Jawohl Kann man trotzdem machen Nein Wo war das? Stimmt der das wollte ich noch machen? Er ist noch dabei Ist ja lustig dass ich den mitgenommen habe Ach nö Ja ist klar alter Ist in Ordnung Oh Gott Ja ihr sollt schießen Nicht drinnen stehen Warum sind die Ach die sind aus dem Transporter gefallen Irgendwie Bin ich aber auch gerade vom Gefühl her Das ist blöd Du hast so viele Trefferpunkte mit denen Ach das ist Schweißer Das sind Brachios Junge Das sind Brachios Junge Das sind Brachios Junge Kommt doch mal ein bisschen hierher Ja Wo ist er fucking problem Möchner Oh Mammut Tut mir das nicht an Nein Böses Mammut Ah Junge Dieses hin und her gelaufen Und die Bogenschützen auf den Transportern Wo ist er schon wieder hin hier Ich weiß jetzt nicht ob es gut lief oder schlecht lief Das kann ich jetzt nicht sagen Keine Ahnung Also sie irgendwie die stärksten Einheiten haben überlebt Die Schwachen sind gestorben Oh bekommst du Ich gehe schwer voran Wie hält sie Wer wird denn angegriffen Lass uns hier unterwalben Greifst du hier noch an hier oder was Kann ich helfen Okay 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 Was Zum Teufel Schon unterwegs Hä Von mir aus Töne Okay Das ist okay Nee überhaupt nicht Grad extrem verwundert über alles Aber das Vielleicht kriegen wir es trotzdem hin Oh mir ist einfach viel zu dunkel im Raum Kann man irgendwie Arbeiter töten Ja Ne wie du sie angreift Achso Manuell angreifen einfach Ich dachte es gibt so einen Auslöschen Button Wenn man eine Einheit nicht mehr braucht Achso Achso Okay Ja gibt es doch auf der Einheit Oder War es nicht so Weiß nicht Ich sehe nicht Warte Ähm Angriff auf Wo ist der Arbeiter jetzt Guck mal mit hier Guck mal mit hier Wollen wir mal unseren eigenen Könnt ihr euch mal irgendwie Wie Nee Ihr sollt sterben Hört Frank zu ihr sollt alle sterben Jetzt weiß ich nicht wie ich meinen Arbeiter hier oder eine Einheit töten kann Geht klar Bäh Schon unterwegs Was gibt's Was gibt's Genau Mach es nicht so kompliziert Frank Das ist halt so wie es ist Was gibt's Was gibt's Was gibt's Das muss man nicht verstehen teilweise Was soll ich aufspießen Ähm Du Raus mit dir Rein mit dir Ja Wir fangen an Warum genau jetzt kann ich Boah Stellen sich immer einer wieder Sachen in den Weg hier Scheiß Schädelgedönse Stimmte du brauchst ja Schädel für alle Sachen weil du machst Du eigentlich nicht Nee Wer stört Wer stört Wer stört Wer stört Wer stört Wer stört Was sind jetzt schon wieder wie wir Weißt du mich an Zufällig Nein das ist ein Alosaurus Woher weißt du denn das Uff Ja Ach so Ich stirb Ja 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 Wie sieht's denn jetzt aus hier Sind alle in Brot und Arbeit Du 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 Kifferbude Er steht da Warum steht er da Ich hab Wegpupp gesetzt Was Kein Problem Frank du würdest es mir auch nicht einfach machen heute Äh nein ich habe das nicht vor Ich äh nein Was gibt's denn hier Diplomatie Soll ich dir was senden Sende du mir mal was Ne Klapp bei mir nicht irgendwie ist es bei mir ausgegraut Tut mir leid Weiß auch nicht wieso aber das ist Ich kann was von dir fordern Genau warte Das ist voll gut Ziele Das gefällt mir 500 Steine Baust die doch ab Na Sende Bede doch Heute nicht Vielleicht morgen Warum sind die jetzt tot hier Hast du wieder neben Alusaures stehen lassen oder was Ne Irgendwie haben wir eine Katapulte gefeuert obwohl da nichts zu feuern war Spontanfeuer 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 Verstehs? Hm? Er mit seinem Titan alter Total übertrieben aber egal Uh Na Was? 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 Nein, meine Brachios! Das ist nicht gut. Oh Gott! Das ist schlecht. Das Gegenteil von gut. Wo seid ihr denn? Vermisse dich! Lass du hin! Ich hätte keine Lust mehr. Entschuldige. Da kommt er dann mit zwei Titanen. Nein! Gar nicht übertrieben. Und er hat Belahrungseinheiten. Ach, nee! Quatsch! Mit OP-Reichweite, so wie ich die Baumstammkanone kenne. Nein! Frank macht die Räume schon! Das schaffst du schon noch heute. Ach, Mann! Verschwinde! Von meinem Grundstück! Moment! Wo ist denn hier mein Ding jetzt? Ohhhh! 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 So, ihr da! Macht euch nützlich! Ohhhh! Wo rennt er denn hin? Ich weiß nur, dass ein Gebäude von dir zerstört wurde. Ich weiß auch nicht wieso. Weil du drauf geschossen hast! Weil du drauf geschossen hast! Ach, ich könnte mal wieder was machen. Das ist aus unserer Sache, Mann. Was brauche ich denn jetzt? Was gibt's? Durchschlagende Argumente. Aha! Okay! Da, da, haben die dann... Oh mein Gott! Dann haben die ja ihren Verlust an Intelligenz, oder was? Okay! Ach, der muss stehen! Okay! Nichts gesagt! Ja, natürlich! Natürlich! Ist in Ordnung! Geht klar! Geht klar! Man geht so! Man schaum erwarten! Bei den Göttern! Warte... Alle mitkommen! Nicht nur die Hälfte! Affen! Affen! Halla! Aaaaaa! Huau! Ach! Sieh! Alle mitkommen! ähm bisschen kontrolliert angeht oh gott die ganzen mammuts alter ja die wurden auch ein bisschen geupgradet die mammut wo wollt ihr denn hin? AI! Funktioniert doch mal bitte! ich stehe in eurer Schuhe wir sind da! oh man wir sind da! wir sind da! ja jetzt macht er mir den Tempel kaputt Mist boah ich krieg die aber auch nicht platt keinen von denen woran das nur liegen könnte? keine ahnung die sind alle zu hochstufig ich stehe in eurer Schuhe und der hat da stufe 4 druid ey unglaublich die selbst die krieg ich nicht platt weil die so viel hp haben auf der stufe ja ich würd mal sagen GG für dich noch haben wir nichts geschafft ja doch ich hab keine armee mehr ja das war's das musst du auch schon auch wirklich aufgeben dann wenn du es willst äh du ok ja funk 1 1 stehts ich spiel ich spiel oh schon 0.47 Uhr naja ich denk mal den Part werd ich splitten den dritten Match machen wir auch noch aber nicht heute anderes Mal uuuh ja und ihr könnt gerne auch noch gegen mich eintreten aber wundert euch nicht warum ich so wenig gesprochen hab das einfach nur um Frank zu töten und jetzt drücken wir mal Schlachtistiken wie sieht es denn aus? mir würde eine Zeitliste mal interessieren Einheiten nicht wann hab ich denn Zivilisten wo kann man denn gucken wo man du hast noch nicht mal Epoche 4 geschafft? nein herrlich Kämpfe Feinde getötet 139 ja es ist auch kein Wunder dass du überfordert warst na das Schöne war du hast jetzt gerade zum Schluss äh meine Fake-Truinen angegriffen ich hab Illusionen einfach dargestellt und die einfach reingeladen lassen ach so das waren Illusionen ja ich wusste gar nicht dass Illusionen gibt aber ok das hast du auch wo du mit den Velociraptoren die Droinen angegriffen hast da hast du auch nur die Illusionen angegriffen WTF und Illusionen haben so viel Leben? die haben genau die produzieren glaube ich das selbe wie die Originaleinheiten nur dass die es halt keinen Schaden machen glaube ich ach du Scheiße die sind halt nur dazu da um Schaden zu bekommen aber nicht heftig wirtschaft ich weiß echt wie die Steine abgebaut hast du überhaupt mal geguckt ich glaub du hast nur ein einziges Steining abgebaut ob du ja aber ich hatte keinen Steinmangel was ich immer was mir immer gefehlt hat war Nahrung ich glaub die brauchen auch kaum Stein also Nahrung war bei mir echt immer ein Problem und Schädel Schädel war auch ein Problem herrlich die Reaktion wo du zum ersten Mal gesehen hattest mit dem Titan aber Leute äh ich rede mit Frank jetzt darüber nochmal später jetzt und äh aber ihr seid jetzt erstmal außen vor und ich wünsche euch noch einen schönen Tag Ciao Ciao Tschüss